Ich habe so die Schnauze voll. Seit drei Monaten quält mich Ulrike, macht mich lächerlich und meine Sachen kaputt. Wir hatten schon tausend Gespräche mit den Erwachsenen. Und immer das gleiche. Nur Spaß. Du hast doch auch gelacht. Okay, wir entschuldigen uns. Zum Kotzen. Was kann ich machen, um diese Hölle zu beenden? Ich halte das Ganze bald nicht mehr aus. Zeig sie doch einfach an. Das geht? Ja, wenn sie schon 14 sind, geht das. Du brauchst aber Beweise, dass die Mobberin Beleidigung, Sachbeschädigung oder einen körperlichen Angriff gegen dich vorgenommen hat. Gut ist es, wenn du Zeugen hast. Du kannst auch eine zivilrechtliche Unterlassungsklage einfordern. Da wird der Täterin vor Gericht verboten, dich weiter zu mobben. Wenn sie trotzdem weitermachen kann, kann das bis zu 2500 bis 5000 Euro kosten. Wenn du nachweisen kannst, dass das Mobbing für dich ganz besonders schlimm ist, dann kannst du sogar Schmerzensgeld verlangen. Hoffentlich gibt es an deiner Schule ein paar mutige Mitschüler und Mitschülerinnen, die dir zur Seite stehen. Dann wirst du die Mobber und Mobberin besiegen können.